Ich bin Antonio Durante, arbeite hier bei Siemens in Braunschweig und bin in Prüftätigkeiten und Fertigungsmitarbeiter. Im Januar 2018 habe ich als AÖG-Kraft, als Zeitarbeiter hier angefangen. Das war für mich eigentlich nur ein Zwischenstopp zu was anderem, aber das war dann halt so, dass ich mir sehr gut etablieren konnte. Im Beruf, der mich das sehr interessiert hat, was wir hier machen. Das Gerät ist halt dafür da, dass es mit verschiedenen anderen Geräten kommuniziert. Wir bauen es hier, wir prüfen es hier und spielen Zertifikate auf. Ich habe dann die Gelegenheit bekommen, innerhalb von sechs, sieben Monaten einen Festvertrag zu erhalten und bin auch darüber sehr glücklich, weil, wie gesagt, ich habe ein super Team. Man hat hier ein breit gefächertes Portfolio, was an Arbeit da ist und das ist das Schöne, man verstumpft nicht an einer Seite. Man hat wirklich viele andere Perspektiven und Möglichkeiten, mal woanders zu arbeiten, auch mal auszuhelfen, wenn mal zum Beispiel irgendwo Bedarf ist.